In unseren Videos stellen wir Schauspieler, Musiker, Schriftsteller, Sportler und andere berühmte Persönlichkeiten vor, die leider nicht mehr unter uns sind. Wir zeigen Ihnen, welche Spuren Sie in Ihrer Branche hinterlassen haben und wie Ihr Einfluss bis heute reicht. Wir möchten Ihnen dabei helfen, sich an diese einzigartigen Menschen zu erinnern und sie zu würdigen. Wenn Sie unser Interesse teilen, dann abonnieren Sie unseren Kanal und bleiben Sie auf dem Laufenden über unsere neuesten Videos. Ich erinnere mich an die unterlorenen Lieblingspromis. Ich erinnere. Amen. 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 Amen.